Diejenigen, die ein aktives Leben führen, diejenigen, die regelmäßig Sport treiben, Leistungssportler, diejenigen, die einen leichten Snack suchen. Protein unterstützt den Muskelaufbau und Erhalt. Magnesium trägt zur Verringerung der Müdigkeit bei. Proteinergänzung nach dem Training fördert das Wachstum der Muskelmasse und eine schnelle Erholung. Nach dem Training, beim Frühstück oder zu jeder anderen Tageszeit. Trägt zum Schutz der Gelenke und Knochen bei. Es unterstützt die Energieproduktion aus gespeichertem Fett. Unterstützt gesund aussehendes Haar. Unterstützt gesund aussehende Haut. Unterstützt eine gesunde Muskeleentwicklung. Es trägt zur Verringerung der Ermüdung bei, indem es die langfristige Stickoxidproduktion unterstützt. Glaube an dich. Mit Kayani Fit20 sind Sie heute stärker. Stärker.